Sie sind hier, 7. August 2018, 10.06 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Erik Kamren war schon von 2009 bis 2016 schwedischer Nationaltrainer Urheberrecht Getty Images Erik Kamren wird wohl neuer Trainer der isländischen Nationalmannschaft Der Schwede würde auf Heimir Halgrimson folgen, der nach der WM in Russland zurück trat Der Schwede Erik Kamren, 61, wird wohl neuer Trainer der isländischen Nationalmannschaft Der Vertrag des ehemaligen schwedischen Nationaltrainers als technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mayem Lodi Sandauns FC sei deswegen bereits aufgelöst worden Das teilte der Verein aus Pretoria am Dienstag mit Kamren würde auf Heimir Halgrimson 51 folgen, der nach der WM-Endrunde zurück trat Debutant Island war in Russland mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert Kamren sieben Jahre lang für Schweden zuständig Kamren trainierte von 2009 bis 2016 die TRE Kronor Nach Lars Lagerbeck wäre er der zweite Schwede, der die isländische Nationalmannschaft leitet Lagerbeck war von 2012 bis 2016 verantwortlich ab 2013 gemeinsam mit Halgrimson Bei der EM 2016 führten sie Island sensationell bis ins Viertelfinale von Sportinformationsdienst